Die linke Hand kannst du jetzt mal weg tun. Die linke Hand kannst du jetzt mal weg tun. Gleich setzt sie sich auf die Kiste. Hallo. Vorsicht, Seil kommt. Aber sie kommt da nicht runter. Ich komme jetzt runter. Bleib da. Nein, sorry. Geschafft. Vorsichtig. Fremd ich ab. Was ist das? Hinkst du? Ey, er macht das ab, dann knallst du gleich mit Popo. So, bitte lachen. Und wie war's? Und jetzt schau mal von wo du oben runter bist. Was ist das für Geräusch? Zauber? Das war hier. Was ist das für Geräusch? Was ist das für Geräusch?